Hoi zusammen! Hallo! Ich bin Barbara. Ich bin Nancy. Wer von euch hat Lust, voller Kraft und mit viel Power gesund, munter und glücklich und vor allem voll fit durch den Herbst zu kommen? Wir haben für das Thema praktische Tipps für dich zusammengestellt in einem Gratis-Webinar. Das Ganze findet statt am Freitag am 14. und am Mittwoch am 19. September, beidesmal am 7. Anmelden könnt ihr euch unter www.barbarabarko.com und www.nancyribi.ch Wir freuen uns auf euch!